Liebe Steiner Freunde, heute präsentiere ich euch einen spannenden Vergleich zwischen Lego und Blocks von Coop. Ja, Coop, hier. Coop hat eine Aktion gestartet, ab in den All, und da gibt es ein Klembau-Steinset. Nicht nur zu kaufen, sondern mit Punkten zu bezahlen. Das läuft nur noch bis zum 29. September. Darum kommt dieses Video jetzt noch kurz rein, wo ich das Ganze mal anschauen. Und was cool ist, in der Schweiz, da sind die Klembau-Steine noch nicht so bekannt. Viele sagen, ja, darf man das überhaupt? Sind die überhaupt noch geschützt? Die sind doch geschützt und das ist doch Fake-Lego und so weiter. All diese Dinge wollen wir miteinander anschauen, ob das so ist und ihr Schweizer anschauen, ob dieses Set jetzt für Rohre sorgt und die Leute sagen, ja, ich will jetzt wirklich Klembau-Steinsets kaufen, weil Lego hat seine Marken. Wollen wir heute miteinander anschauen. Ja, wenn man diese zwei Sets anschaut, dann sieht man, sie sind etwa gleich viel, gleich teuer, etwa. Also Lego kostet ein bisschen mehr, aber natürlich mit 30% oder 20% Abschlag werden diese zwei Sets etwa gleich teuer sein oder Lego sogar günstiger. Ist hier ein 4-Plus-Set und das ist etwas Spezielles, 4-Plus-Set. Natürlich, ich werde sagen, das ist nicht fair, weil 4-Plus hat Prinz, hat es hier. Ihr seht, ich habe hier nichts, aber auf der Verpackung haben wir hier gewisse, ja, so eine Art Kleberchen. Abgebildet, ja. Es ist hier abgebildet. Also wenn man hier anschaut, hier sieht man das Ganze, dann sieht man, überall hat es diese Dinge drauf und das sind natürlich Kleber. Ich habe sie eher extra mal nicht draufgeklebt, damit man sieht, wie das sich Ganze anfühlt. Kommen wir gleich zu den Black Speaks. Und das Set sieht eigentlich auf den ersten Blick super aus und besonders natürlich diese Kanone hier, wo es dazugeht, aber leider kann man damit nichts machen. Also man kann nicht schiessen, man kann, ja, man kann auf und zu tun, aber das ist für ein Kind natürlich nicht so cool. Man hat hier auch ein Wegerchen. Dieses Wegerchen kann man dann, ja, seht ihr, das Weger kann man hier rein, aber wenn jetzt da ein Kind sagt, ja, gut, es kann draufstehen, das rollt auch gut, es hat eine sehr gute Rollfunktion, aber wenn er die Figur draufnoppen will, dann muss er sie ganz hinten setzen und dann funktioniert das Ganze. Da kann er da rumfahren, da hat es hintendran eine Aussparung. Es hat eigentlich hier noch eine gelbe oder weisse Fließe, ich weiss noch nicht, die drauf ist, ich habe sie nicht gesehen, vielleicht habe ich verpasst, aber die kommt hier drauf und dann hat es hier hinten dran, könnte ich auch nicht noch die gelbe Fließe drauf tun. So, und dann sieht das schon ein bisschen besser aus. So haben wir das hier und dann kann man hier mit dem Abdüsen. Das ist doch cool. Das ist gut. Die Figur selber ist schwierig. Schwierig, schwierig. Sie ist so gestaltet, ist natürlich so gestaltet, dass sie dann nicht angreifbar wäre. Obendran der Zylinder aber trotzdem ein bisschen eckig, was ja Leo gesagt hat, die kann auch dann sich nach hinten drehen. Und der Kopf, ihr denkt da, ja, der ist schön hier, aber wenn ihr den Kopf anschaut, dann ist der, ja, in eckig. Eckige Figur, sieht ein bisschen komisch aus, mit einem Loch obendran und dann kommt hier der Helm drauf. Das Spezielle ist, wie man den hier reintun, weil dieser Körper hier hat auf der Seite, so, das muss man reintun, dann muss man es draufklicken und dann funktioniert und dann muss man die Beine auch noch reintun. Also für ein Kind nicht einfach, diese Figur zusammenzubauen. Auch für mich war das Ganze nicht so einfach. Dann wird weiter. Kommen wir zum Flugzeug. Das Flugzeug ist doch schön und so weiter. Man kann es hier auch wegnehmen, so und funktioniert. Kann man natürlich hier den anderen hier reinsetzen. Oder das Wegerchen, weiss ich gar nicht, ob das Wegerchen hier reinkommt. Ja, das Wegerchen kann man hier, glaube ich, hier rein positionieren. So reinsetzen, ja. Den anderen auch noch draufsetzen und so. Nein, das geht natürlich nicht. Aber so kann der hier abdüsen. Hierin dran ein bisschen locker. Kann man blablabla rumspielen. Und hat hier da und dran diese. Die sind aber einfach gehalten. Also von dem her, die rollen natürlich nicht so super. Was schade ist vom Cockpit. Wenn ihr diesen reinsetzen möchtet, dann hat er keine Möglichkeit, das aufzunoppen. Ihr könnt die Figur einfach nur hier reinsitzen lassen. Und dann fällt sie um. Richtig positionieren, richtig reinsetzen. Hier hinten dran. So. Willst du doch da hier reinkommen. So. Und dann kann man diese dazu setzen. Und dann kann die abdüsen. Die hätte aber, es gab ja auch dieses Teil. Und da hätte man eigentlich das so reinbauen können. Und dann hätte man dieses so positionieren können. Und dann hätte die ja rein gepasst. Ich weiss jetzt nicht. Sie hätte da nirgends eine Möglichkeit. Aber hier eine Noppe vorne dran. Und dann wäre das cool gewesen. Dann wäre die nämlich auf Knoppe gewesen. Ich weiss nicht, was sie da sich überlegt haben dazu. Was das ganz Geniale ist an diesen Sets. Das ist, die Steine sind gut. Die Steine sind gut. Dann muss man nicht sagen, 28 Steine. Nicht die Kleber. Die Kleber sind nicht cool. Aber kann man draufkleben. Aber macht mir nicht so Spass. Was cool ist, es gibt hier Karton. Also Papiertüten. Nicht performiert. Einfach Papiertüten. Da sind die Steine drinnen. Und es funktioniert. Man sieht halt nicht auf den ersten Blick, was hier drinnen ist. Aber umweltfreundlich pur. Finde ich super. Hat mich wirklich gefreut. Die Anleitung ist hier einfach gehalten. Und ich hatte keine Probleme, das zusammenzubauen. Ich glaube, das wird auch für Kinder keine Probleme sein, das zu bauen. Einfach die Figur schwierig. Ich sehe das als ein bisschen eine vertane Chance. Weil Klembausteine Sets, liebe Schweizer. Klembausteine sind nicht geschützt. Ich habe hier keine geschützte Steine gesehen. Aber es gibt ein paar Steine. Die sind weiterhin geschützt. Auch in der Schweiz. Und das ist immer eine Problematik. Da gibt es richtig Furoren. Weil dann Lego dagegen vorgehen kann. Die Figuren, selber Minifigur, ist in der Schweiz nicht 3D geschützt. Aber natürlich könnte man sagen, designmässig und dann und so weiter. Also darum ist es gut, wenn man unsere Figur auch in der Schweiz verändert und so zur Verfügung stellt. Ich glaube nicht, und das ist das Schade von diesem Set, dass das jetzt, wenn man jetzt das anschaut von Lego, dass sich das durchsetzen wird. Weil wir haben hier ein Spielset. Ein Spielset von Lego. Etwa gleich teuer. 4 plus alles bringt, was eine Ausnahme ist für Lego. Aber sie können es hier. Wirklich. Sie können es hier. Man kann es einfach aufbauen. Man kann hier das Cockpit aufnehmen. Man kann hier die Figur reintun. Die ist natürlich Legomässig ganz cool gemacht, ganz genial gestaltet und so weiter. Man kann hier das Ganze ins Cockpit reinsetzen und abdüsen. Es hat Spielfunktionen. Man hat hier die Möglichkeit, das aufzumachen. Dann hat es hier drinnen so Diamanten oder Kristalle. Auch die kann man aufheben mit diesem Kran hier und kann spielen und machen und so weiter. Und dann gibt es hier hier auch eine zweite Figur und wenn man die Figuren anschaut, es ist einfach so. Das ist so, das macht Lego wirklich. Es ist einfach ein Weltbild, das sich eingeprägt hat, wie eine Figur aussieht. Aber wenn die Figur eigentlich zu klein ist für Türen, für Modularhäuser habe ich schon gezeigt, aber trotzdem eine schöne Figur. Gefällt die einfach besser. Und ich glaube, ein Kind, wenn sie jetzt entscheiden müssten, Topfer, welches würdest du kaufen? Würde er sagen, ja, kauf mir das und nicht das. Ja, es ist leider so. Und da finde ich die Chance vertan. Eins kann man Lego einfach sagen. Die Anleitung. Das ist ein Vier-Plus-Set, klar. Vier-Plus-Set ist noch einfacher. Oder geht es mit Händen? Wie kommt das rauf und so weiter? Wie wird das miteinander verknüpft? Das ist das, was Lego wirklich unterscheidet von den Alternativen. Lego unterscheidet sich von dem her, das Bauen ist sehr einfach. Macht auch Spass. Vielleicht mit der Zeit, wenn man viel gebaut hat und ich baue viel, dann wird dieses Set schnell gebaut. Ich habe keinen grossen Spass gehabt. Aber es war natürlich locker, zwischendurch das zu bauen. Bei diesem Set auch, da ging es. Aber die Figur, da habe ich geknockst. Und es gibt immer wieder bei den Alternativen gewisse Sets, wo ich sage, warum? Warum tue ich mir das an? Warum baue ich das mir? Es sieht super aus. Es ist schöner und so weiter. Es ist günstiger. Die Steine sind ja nicht mehr geschützt und die Steine sind besser. Es gibt keine Farbseuche und so weiter. Aber es ist halt einfach so, dass es bei den Kindern besser ankommt, wenn man solche Sets hat als dieses Set. Auch wenn man da rumfliegen kann. Aber die Figur hier, die ist, wenn sie jetzt nicht aufgenommen ist, dann fällt die vielleicht dann runter. Das ist schade, schade, schade. Weil genau solche Dinge, die jetzt es gibt, wo man sieht, die Kinder sehen, ah, es gibt Alternativen. Das sollte ein Renner werden. Das sollte ein Superset werden. Das sollten die Kinder sagen, hey, super, gefällt mir. Klar, kann man über die Figur, die muss einfach geändert werden, weil Lego einfach dagegen vorgeht. Und darum ist es halt für Kinder immer noch so, dass sie sehr wahrscheinlich zu diesem Set zugreifen. Und dieses Set dann, ja, auch nutzen, aber vielleicht da nicht so viel Spießpass haben. Auch wenn hier eben das mit dem hier auch eine Möglichkeit hat. Ich weiß nicht, bin ich jetzt zu böse? Bin ich jetzt zu böse? Bin ja eigentlich ein Alternativer, aber ich finde es einfach schade, weil in der Schweiz gibt es ganz viele Geschäfte. Es gibt das Brickshaus. Es gibt Brick & Bricks. Und Brick & Bricks ist der Vorteil von Bricks & Bricks, dass ihr dort auch seht, ob das Set von einem Mocker designt wurde. Wenn ihr nicht seht, dann ist es entweder ein Set, das eben man nicht weiss, ob es eben geklaut wurde von einem Mocker oder ob das nicht vom Design her von der Firma ist. Aber denen gibt es sich wirklich Mühe, das Ganze. Das finde ich super, super Service von seiner Seite. Es gibt noch zwei Geschäfte in der Schweiz, Brick & Bricks und Bricks gibt es auch noch. Und es gibt natürlich auch noch andere Händler, die ich vergessen habe. Schreibt sie rein, wenn ich vergessen habe. Aber ich finde, es gibt so coole Sets. Und wenn ihr coole Sets kaufen möchtet, für euch, vor allem für Erwachsene, Fun-Haul kann ich euch wirklich empfehlen. Da habe ich Spass. Ihr könnt dann auch die Kinder dazu mitspielen. Habt einmal Lichter. Und die Sets sind genial. Also, für Kinder ist es leider so, ausser Kitty-Kraft. Kitty-Kraft, eine Alternative. Schade, dass es hier nicht Kitty-Kraft gegeben hat. Coop, hättet mit Kitty-Kraft zusammengekommen, hätte Frohnen gesagt, das wäre super gewesen. Es gibt noch ganz viele Dinge zu entdecken. Also, schade. Dieses Mal, muss ich sagen, der Winner ist, sind die denen. Ja, denen lüge nicht. Ich auch nicht. Ich muss wirklich zugestehen, mir gefällt dieses Set besser als dieses. Schreibt in den Kommentar, was ihr meint dazu. Und wenn euch das Video auch gefallen hat, ein paar Daumen nach oben. Das würde mich freuen. Ja, das wäre genial. Ein paar Daumen nach oben. Tut nicht weh. Kostet nichts. Raufklicken. Ja. Diesen Sinne wünsche ich euch alles gut. Nächstes Mal. Steinmeister. Und tschüss. Merci. Danke. Okay. Así. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal.